Borussia Dortmund gewinnt das Topspiel bei Eintracht Frankfurt mit 1 zu 2 und man muss echt sagen, da war heute ganz viel Glück und Kobel dabei. Denn insgesamt hatten die Frankfurter einfach mehr klarere Chancen das Spiel für sich zu entscheiden. Aber der BVB hatte heute so viel Spielglück, wie ich es seit langem nicht mehr erlebt habe, muss ich an der Stelle mal sagen. Am Ende haben zwei Schüsse direkt aufs Tor gereicht, zwei Tore zu erzielen. Und was Frankfurt angeht, kann man entweder von einem bärenstarken Gregor Kobel sprechen oder schlicht davon, dass heute einfach die Effektivität gefehlt hat. Bei dem Spielverlauf muss man ganz klar sagen, muss Eintracht Frankfurt eigentlich das Spiel gewinnen. Aber der BVB hat mit Kobel jemanden da hinten drin im Kasten, der konstant unfassbare Leistungen bringt und heute den Dortmundern auch ganz klar den Arsch gerettet hat. Das muss man einfach so deutlich sagen. Zum Spielverlauf in der ersten Halbzeit hatten beide Mannschaften viele gefährliche Aktionen und attraktiven Offensivfußball gezeigt, hatte aber wie schon erwähnt ganz klar Eintracht Frankfurt. Vor der Halbzeit gab es dann, wie so oft in solchen Spielen, die klassische Schiedsrichter-Szene, über die man mit ziemlicher Sicherheit die nächsten Tage noch sprechen wird. Nach einem Weltklasse-Heber von Kolomuani klatscht der Ball an den Innenpfosten. Doch kurz bevor Lindström den Ball dann noch hätte ins Tor schießen können, hat Karim Adeyemi in einer kniffligen Szene, die aus dem Spiel heraus nicht leicht zu erkennen war, entscheidend gestört und Lindström zu Fall gebracht. Lindström hat in dieser Situation dann mit beiden Händen den Ball berührt und daraufhin hat dann Sascha Stegemann auf Handspiel gepfiffen. Und danach hat man sich natürlich die Frage gestellt, ob das nicht sogar eine Szene für den VAR war. Denn wenn man die Aktion von Adeyemi als Foul wertet, sprechen wir hier natürlich über einen Elfmeter und dann geht die SGE mutmaßlich mit einem 2 zu 1 in die Halbzeit. In der zweiten Hälfte haben die Frankfurter den Druck dann gefühlt nochmal deutlich erhöht und weiter das Spiel gemacht. Das 2 zu 1 hat dann aber der BVB erzielt durch den seit Wochen überragenden Jude Bellingham, der aktuell der mit Abstand beste Spieler der Dortmunder ist. Vielleicht sollte er ja demnächst mal als Stürmer spielen. Naja, davon hat Frankfurt sich nicht unterkriegen lassen und weiterhin unbeeindruckt weitergespielt und in der Folge auch eine Chance nach der anderen gehabt. Am Ende war es dann aber eine Mischung aus eigenem Unvermögen der Frankfurter und eines stark aufgelegten Gregor Kobel, warum der BVB im Endeffekt als Sieger vom Platz gegangen ist. Im Fazit würde ich sagen, der BVB holt drei extrem wichtige Punkte, um sich wieder oben festzubeißen und die Frankfurter haben eine Leistung gezeigt, die es gilt am Dienstag gegen Sporting de Sabon zu bestätigen, allerdings dann auch mit der letzten Klarheit vor dem gegnerischen Tor, denn die wird auf jeden Fall nötig sein, um das Achtelfinale klar zu machen. Aber wir haben auch gesehen, warum die Eintracht mittlerweile ganz klar zu den Topteams der Bundesliga gehört. Aus neutraler Sicht würde ich sagen, richtig geiles Topspiel mit vielen Offensivaktionen, strittigen Szenen und vielen gelben Karten. Auch da könnte man natürlich, wenn man jetzt nochmal mehr ins Detail gehen möchte, jede zweite gefühlt diskutieren. An der Stelle jetzt aber wie immer die Frage an euch, wie habt ihr die Partie gesehen? Schreibt mir gerne mal eure Eindrücke in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr bei einem Daumen nach oben freuen und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann vergesst natürlich nicht den Kanal zu abonnieren. In dem Sinne Freunde, macht's besser und bleibt am Ball.